Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Dem, glaube ich, letzten Part für heute. Naja, jedenfalls füllen wir jetzt mit 893 Hauspunkten, das heißt, zum letzten Mal Bonusraum für uns. Hallo alle zusammen. Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkteauswertung. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Hm, sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Yay. Wow, Ravenclaw hat Hufflepuff überholt. Los geht's. Jetzt dürfen wir zum ersten Mal hier rüber. Elastop. 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 Ja, ich sag zurzeit nicht viel, weil... ... es einfach lustig ist, zuzusehen. Wie Harry die ganzen linken Boden einsammelt, während er durch die Luft hopsen. Jiiu. V-Oh. Die Tempo! Entschleimen! Elasto! Wo ist denn der andere Elasto? Das wusste ich auch mal. Oh, wie blöd! Entschleimen! Naja, immerhin kann ich hier die ganzen Bohnen einsammeln. Ist hier noch was? Nein. Nur ein blöder Turm. Mit Zinnen. Elasto! Ein Zinn-Turm! Hahaha! So, unsere Zeit ist leider gleich abgelaufen. Oh, schade! Okay. Oh-oh. Hier ist irgendwas passiert. Hey Harry, irgendwas hat die maulende Myrte total traurig gemacht. Sie ist noch trauriger als sonst? Ich konnte sie den ganzen Weg die Treppe hinab heulen hören. Und jetzt ist der Gang vor der Toilette wieder überflutet. Es ist doch niemand anders mehr angegriffen worden, oder? Alles kann passiert sein. Gehen wir nachsehen, was los ist. Okay. Okay. Da ist wirklich etwas Mysteriöses passiert. Und wir werden natürlich jetzt mal gleich gucken. What happened? Moment. Okay, aber jetzt werde ich mir erst einmal die Bildkarte holen. Los Harry! Ich komme ja gleich, Ron. Ich werde nur noch die Bildkarte holen. Elasto! Elasto! Nee, es ist es nicht. Elasto! Ja. Los komm, Ron. Ach nee, ich lauf hinter dir her. Ups. Okay. 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 Ich habe übrigens jetzt Pokémon Gold bekommen. Und da die Wee immer noch mit meiner Schwester in Braunschweig ist, hat meine Mutter gesagt, Mario Galaxy 2 kriege ich erst in der dritten Augustwoche. Ja, mit Elasto sind natürlich ganz schöne viele Möglichkeiten neue. The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. Gut, jetzt nichts mehr. Lauschen wir der Maul und Mörte. Wer ist da? Will wieder jemand Sachen nach mir werfen? Jemand hat was nach dir geworfen? Ja, es liegt dort drüben. Die arme Mörte. Vorsicht! Mein Dad hat mir gesagt, dass einige Bücher sehr gefährlich sein können. Sieht aus wie ein altes Tagebuch. Es gehört t.v.riddle. Egal, wem das Tagebuch gehört hat. Er hat es jedenfalls nie benutzt. Die Seiten sind leer. Was ist jetzt los? Hallo Harry Potter. Ich heiße Tom Riddle. Ich bin in Hogwarts und furchtbare Sachen sind passiert. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Natürlich weiß ich von der Kammer des Schreckens. In meinem fünften Jahr wurde die Kammer geöffnet und das Monster hat ein Mädchen getötet. Ich habe denjenigen geschnappt, der die Kammer geöffnet hat. Er wurde von der Schule verwiesen. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Ich kann dich in mein Gedächtnis von jener Nacht, in der ich ihn gefangen habe, hereinholen. Wow, die Stimme. Irgendwie klingt sie sympathisch. Harry war fasziniert von den Erinnerungen Tom Riddles. Total Musik. Hey, wer bist denn du? Los, musst hier raus. Komm schon in die Kiste mit dir. Es ist alles in Ordnung. Komm raus. Na endlich. Guten Abend, Rubius. Hä? Was machst du denn hier, Tom? Es ist aus. Ich glaube nicht, dass du jemanden töten wolltest, aber Monster geben keine guten Haustiere ab. Es hat nie keinen umgebracht. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das das Mädchen ermordet hat, geschlachtet wird. Er war es nicht. Er wird's nie tun. Er nie. Geh zur Seite. Nein! Nein! Ach Gott. Hagrid? Harry wusste schon immer, dass Hagrid eine Schwäche für riesige monströse Kreaturen hatte. Aber er war sich auch sicher, dass Hagrid nie jemanden töten wollte. Nee, das würde Hagrid nie tun. Aber das war gruselig. Riddle könnte den Fall schon erwischt haben. Vielleicht war es ein anderes Monster, das die Leute angegriffen hat. Wie viele Monster passen wohl in die Kammer? Wir wussten immer, dass Hagrid von der Schule verwiesen wurde. Und die Angriffe müssen aufgehört haben, nachdem sie ihn rausgeworfen hatten. Sonst hätte Riddle seine Auszeichnung nicht bekommen. Riddles Tagebuch. Es ist verschwunden. Was? Aber nur ein Gryffindor kann es gestohlen haben. Niemand sonst kennt unser Passwort. Stimmt. Töte dieses Mal. Lass mich reißen. Zerfetzen. Die Stimme. Ich habe sie wieder gehört. Du etwa nicht? Ich habe nichts gehört. Harry, ich glaube mir ist eben ein Licht aufgegangen. Ich muss in die Bibliothek. Aber Professor McGonagall hat gesagt, wir müssten hier bleiben. Außer wenn wir Unterricht hätten. Ich muss mit Hagrid sprechen. Wenn er das Monster beim letzten Mal freigelassen hat, weiß er auch, wie man in die Kammer des Schreckens kommt. Hagrids Hütte ist auf den Ländereien. Aber das weißt du ja, Harry. Mir nach, Harry. Gut, jetzt müssen wir zu Hagrid. Und damit beginnt dann auch mein, äh, mein Phobie-Level. Ja, also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir nach Hagrid, wenn wir zu Hagrid gehen natürlich. Also bis dann. Tschüss.